Oh, warum gibt es keine guten Nachrichten? Reg dich ab! Hey Leute! Das ist ein ziemlich cooler Ort! Wer zur Hölle bist du? Ich bin der Zweifel! Ups! Das war's für dich! Schönes Bett! Hm, aber irgendwie wackele ich! Oh, was ist das? Oh, ich kümmere mich darum! Der hat mich wirklich wütend gemacht! Ich will, dass du verschwindest! Ich glaube, wir müssen uns ein neues Zuhause suchen! Wir können sie nicht auf der Straße aussetzen! Na gut! Hey, warte! Wir können bleiben? Toll! Wo werden wir schlafen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage! Schau mal! Im schlimmsten Fall müssen wir hier leben! Das gefällt mir gar nicht! Lass uns das anders machen! Genau! Das ist perfekt! Fertig! Alles klar! Lass uns mit dem Bau beginnen! Hm! Hm! Lass uns mit dem Fundament anfangen! Kann ich helfen? Nein! Bleib draußen! Hm! Ist das okay? Super! Wo hast du das her? Von Zweifel! Wuhu! Und wo hat er das her? Wuhu! Jetzt steckt er in großen Schwierigkeiten! Gut! Lass es uns für die Kätzchen tun! Na gut, na gut! Oh, das könnte sich jetzt nützlich erweisen! Gut gemacht! Keine Sorge, sie ist ein gutes Mädchen! Was ist der nächste Teil des Plans? Oh, stimmt ja! Das Haus hat keine Wände! Wir brauchen Vorräte! Du solltest vielleicht einen Schritt zurücktreten! Wir sind so froh, dass wir dich haben! Wie wär's damit? Warte! Ich hab etwas! Das hab ich für schlechte Zeiten aufgehoben! Wie ist das möglich? Erledigt! Wow! Super! Ich bereite dir das Werkzeug vor! Wo ist es denn? Pass auf! Suchst du das hier? Danke! Cool! Wir lassen dich jetzt in Ruhe! Ich werd dich dieses Mal nicht enttäuschen! Oder? Ah! Oh! Wie ist das? Ah! Nicht! Kannst du dich mal kurz entspannen? Wir brauchen Fenster! Ich sollte so etwas haben! Ich kann es trotzdem machen! Warte! Wir sollten erst mal Maß nehmen! Ja! Guter Punkt! Eine C-Scheibe würde die Sache einfacher machen! Anscheinend wollen uns die Kätzchen helfen! Sieht gut aus! Ihr seid schon fertig! Ohne die Babys würden wir das nie machen! Richtig! Wir müssen es ihnen zurückzahlen! Ich hoffe, es schmeckt! Was machen wir jetzt nächstes? Ist dir das Streichen recht? Tolle Idee! Und wo ist die Farbe? Ich schau mal nach! Der Saft ist gut! Das war meiner! Oh! Mir ist irgendwie schlecht! Eklig! Aber das bringt mich auf eine Idee! Vielleicht sollten wir das nicht! Das können wir auf jeden Fall gebrauchen! Yay! Das ist meine Lieblingsfarbe! Anscheinend sind wir pleite! Ich seh schon! Ihr versteht euch! Aha! Ich hab Farbe! Lass es uns ausprobieren! Schau! Gefällt es dir? Ja! Gelb steht für Glück! Schreib unten in die Kommentare, was deine Lieblingsfarbe ist! Jetzt bin ich dran! Das sieht ziemlich gut aus! Großartig! Die verhungern! Hat er nie Essen gegeben? Wie konnte ich das vergessen? Wo ist das Katzenfutter? Hey! Hör sofort auf damit! Hier ist es! Du bist doch nicht so hoffnungslos! Aber ich hab die Näpfe vergessen! Ich nehm meine Worte zurück! Hast du einen Hammer? Äh... ja! Hier! Toll! Bin ich okay? Danke! Hey! Schau mal, was ich gefunden hab! Das ist perfekt! Unsere Kätzchen werden satt und glücklich sein! Danke! Das ist wirklich gut! Kann ich Wasser haben? Klar! Wo ist der Behälter? Oh nein! Ich war so durstig! Ich kann nicht glauben, dass du das ganze Wasser getrunken hast! Ich glaub, das können wir ändern! Helft uns, den Kätzchen etwas zu trinken zu geben! Like dieses Video! Bitte, bitte, bitte! Los, bitte! Wir brauchen mehr Likes! Vielen Dank! Jetzt können die Kätzchen etwas trinken! Es ist für euch! Ich bin so satt! Leute, die Kätzchen brauchen ein Bett! Es muss perfekt sein! Meinst du, er kann es schaffen? Keine Ahnung! Ihr könnt euch alle entspannen! Es ist wirklich eng! Das ist nicht gut! Wir machen unsere Betten selbst! Guter Punkt! Tiere sind eine wahre Freude! Oh, wow! Gefällt dir das? Schöne Blume! Das nennst du ein Bett? Und das ist, damit dir nicht langweilig wird! Jetzt befestigen wir es am Haus! Wow! Jetzt hat jeder ein Zuhause! Das ist viel besser als ein Koffer! Mal sehen, was als nächstes kommt! Sollen wir eine Treppe bauen? Oder lieber doch nicht? Lass uns zuerst Vorhänge machen! Ja? Sollen wir Zweifel dafür nehmen? Nein! Ich glaube, ich habe etwas! Bin gleich zurück! Endlich ist er weg! Autsch! Nichts ist gut! Das ist eigentlich ziemlich gut! Schau! Tada! Gefällt dir das? Das macht so viel Spaß! Wie hast du das gemacht? Mir reicht's! Ich glaube, du hast deinen Vorhang gefunden! Ich werde dir in Stücke reißen! Hm? Gern geschehen! Ich hab's! Ich hab's! Können wir jetzt eine Treppe bauen? Wir haben schon alle Hände voll zu tun! Ich brauch eine gute Idee! Ich hab noch mehr Vorräte! Das ist großartig! Hey, könntest du etwas viel leiser sein? Kein Problem! Ich will meine Krallen schärfen! Okay, mir fällt schon was ein! Oh nein! Lass uns spielen! Ja! Ich hab eine Idee! Jetzt reicht's! Du hast es verdient! Hm... Wahnsinn! Das ist wirklich ziemlich cool! Gut gemacht! Lieferung! Leute! Ich wollte mich bei euch bedanken! Oh, Fisch! Dafür bist du noch zu klein! Wir brauchen eine Ablenkung! Ich weiß! Da! Und? Wie sieht's aus? Das ist ein cooles Spielzeug! Du hast es wirklich geschafft! Zeit zum Essen! Möchtet ihr auch etwas abhangen? Hast du mich vermisst? Autsch! Ich glaub, ich bin elektrisiert! Aber das könnte hilfreich sein! Viel heller! Tolle Arbeit! Mein Fong muss auch gesichert werden! Fertig! Bloß dich nach unten gucken! Du schaffst das! Runter! Beide dich, bevor ich dich stoße! Keine Chance! Was ist mit dem Kätzchen? Kümmere dich um ihn! Können wir ihm irgendwie helfen? Gib mir den Plan! Genau! Lass uns eine Rutsche bauen! Nee! Okay, ich kümmere mich darum! Oh, ich weiß! Hey, Zweifel! Hey, Zweifel! Es hat funktioniert! Wir haben es geschafft! Wow! Ich hoffe es! 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 Nochmal! Ich glaub, die Kätzchen lieben es! Oh, wir haben Gesellschaft! Wow! Gehen wir in den Wasserpark? Ja! Beeilung! Lass uns rennen! Wehe, wagt es zurückzukommen! Denkt nicht einmal daran! Warum habe ich nur so viel Pech? Das ist schon unser dritter Wasserpark! Lass uns unseren eigenen bauen! Wo Tiere erlaubt sind! Das wird der beste Wasserpark aller Zeiten! Aber woraus sollen wir ihn bauen? Nun, die Antwort liegt direkt vor euch! Leute, schaut mal, was ich gefunden habe! Yay! Ich hätte es finden sollen! Ich glaub nicht, dass ich das alleine schaffe! Wir haben es! Das ist besser! Sei vorsichtig! Sieh mal, jetzt ist er genau wie du! Leute, Hilfe! Kevin! Wo ist Kevin? Wir stellen hier Sonnenling auf! Und dort eine Rutsche! Hey, das war meine Idee! Sie wird alles ruinieren! Hey, was machst du da? Nichts? Ich hätte nur unseren Wasserpark! Verzieh dich! Gib es zurück! Kevin, wo bist du? Leute, habt ihr Kevin gesehen? Schreibt, wo er ist! Stopp! Schnell weg hier! Ich habe ein besseres Stück für uns! Aha! Kevin! Du bist es! Okay, wir machen das auf deine Art! Mein Wasserpark ist viel besser! Was hast du getan? Wir haben beschlossen, zu teilen! Wir werden sehen, wessen besser aussieht! Unser Wasserpark ist viel besser! Komm mit hier unten! Wessen Wasserpark wird deiner Meinung nach der Beste sein? Der von Freude? Der von Zweifel? Nein! Das funktioniert nicht! Was sollen wir tun? Denk nach! Werde ich deine Glatze bekommen? Wow! Ist das nicht toll? Da ist aber jemand nicht begeistert! Hast du eine Ahnung, was du getan hast? Dein Wasserpark ruiniert? Noch schlimmer! Du hast meine Idee geklaut! Ich habe an etwas gedacht! Und an was? Wir sollten einen Rasen haben! Ich liebe es! Feiere so viel du willst! Mein Wasserpark wird trotzdem besser sein! Kevin, du wirst die beste Aussicht haben! Es ist, als würde sie sich gegen mich verschwören! Sie ist irgendwie gemein! Ignorier sie einfach! Ich werde es euch zeigen! Wir müssen hier vorsichtiger sein! Das sieht ziemlich gut aus! Schau mal! Was macht er denn da? Legen wir los! Das gibt es doch nicht! Geschafft! Es ist schön gleichmäßig! Kevin, schau mal! Was war das? Mein Kung-Fu ist besser als dein Kung-Fu! Kevin! Sie macht mir Angst! Psst! Ich brauche deine Hilfe! Puh, ist das heiß! Wem sagst du das? Haben wir etwas Kaltes? Wie könnte ich das vergessen? Wir haben Eiscreme! 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 Lasst es euch schmecken! Gut, dass ich noch ein Vorrat habe! Das hätte ich nicht tun sollen! Ich glaube, sie sind fertig! Ich hoffe, sie haben noch etwas übrig gelassen! Und was mache ich damit? Mir ist der Mann noch heiß! Ich wünschte, ich hätte ein kaltes Getränk! Wir können unsere eigene Bar machen! Tolle Idee! Legen wir los! Ich helfe dir! Danke! Super! Die Basis ist fertig! Aber irgendetwas fehlt noch! Das sollte funktionieren! Ist das nicht süß? Das gefällt mir! Hey, Freude! Wie hast du das gemacht? Dank dir! Kann ich mir welche ausleihen? Klar! Du kannst sie alle haben! Ich kann das definitiv besser! Das glaube ich auch! Wie komme ich hier wieder runter? Daran werde ich arbeiten! Sie haben noch gar nichts gesehen! Geschafft! So etwas hat sonst niemand! Wow! Ich bin so hoch oben! Das solltest du auch sein! Oh! Du glühst ja! Ich würde gerne ein Bad nehmen! Ich würde gerne ein Bad nehmen! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Warte! Wow! Und ein paar Details! Erledigt! Das ist so erfrischend! Oh, du bist auch hier? Wow! Seht euch diesen Pool an! Du kannst gerne auch reingehen! Wow! Ihr habt aber eine tolle Bar! Toll! Zumi? Wo bist du? Was machst du? Gefällt dir unser Park nicht? Ja, mein Pool! Ich habe etwas noch Besseres! Willst du es sehen? Ja! Na klar! Dann mach dich bereit! Das ist es nicht! So cool! Das ist es nicht! Es platzt gleich! Nur eine Minute! Ich muss es sichern! Ich werde meine Geheimzutat verwenden! Tada! Wow! Wir haben einen Tunnel! Wir haben von allem das Beste! Das könnte gefährlich sein! Dieser Wasserpark braucht einen Rettungsschwimmer! Aber ich werde es nicht sein! Sorry, ich hatte Hunger! Großartig! Was hast du vor? Wir bauen einen Rettungsschwimmerturm für dich! Ich bin noch nicht fertig! Das wird ein Platz sein! Hier ist die Leiter! Wow! Nur noch ein paar letzte Details! Glückwunsch! Du bist jetzt ein Rettungsschwimmer! Dieser Wasserpark ist sicher! So cool! Du warst schon schwimmen? Das Wasser ist toll! Ich wette, wir werden jetzt viele Gäste haben! Ich habe Cocktails gemacht! Das hat uns noch gefehlt! Wir können unsere eigene Relaxzone einrichten! Wir brauchen auch Liegestühle! Tolle Idee! Lieferung! So schnell! Ich liebe es! Hier ist es so gemütlich! Gern geschehen! Wo ist Kevin? Kevin! Zeit zum Trainieren! Ich will nicht! Es ist langweilig! Was willst du dann? Eine Party! Wie wäre es mit deiner Schaumparty? Das klingt gut! Ich wette, du wirst es leben! Wow! Jetzt gib die Seife dazu! Und fang mit dem Training an! Das ist super! Das ist cool! Ein neuer Rekord! Uns fehlt noch was! Ich hab's! Au! Fertig! Kann ich helfen? Vögelgrün hinzu! Oh, wow! Danke! Kevin! Du wirst es lieben! Ich bin fertig! Na, wessen Wasserpack gewinnt? Ich finde, wir haben alle super abgeschnitten! Leute! Wo sind unsere Haustiere? Hey, wo seid ihr? Seid ihr alle bereit? Ja, los! Was ist los? Es sieht toll aus! Hau drauf! Hetz mich nicht! Irgendwas stimmt nicht! Leute, helft uns! Bitte like dieses Video, damit wir Wasser für unseren Wasserpack bekommen! Es funktioniert! Macht weiter so! Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr! Bitte like dieses Video! Hey, wir haben es geschafft! Danke, Leute! Ohne euch hätten wir es nie geschafft! Gefällt euch das? Der beste Wasserpark aller Zeiten! Total! Lasst uns feiern! Oh-oh! Leute, schaut mal! Das ist so cool! Lasst uns schwimmen gehen! Vorsicht, Kevin! Yay! Komm hierher! Kabunga! Hm... Was ist denn Neid? Uns fehlt etwas! Jetzt ist es perfekt! Das ist der beste Tag meines Lebens! Das macht so viel Spaß! Was ist denn hier los? Ich glaube, die Prinzessin braucht unsere Hilfe! Los! Wow, es hat geklappt! Sind das deine Freunde? Ich bin so froh, dich zu sehen! Was ist das für ein Monster? Erzähl mir davon eine echte Abscheulichkeit! Wenn du mich fragst, ist das ein schöner Ort! Mein Baby wird hier nicht leben! Genau das sage ich auch! Wir sollten alles in Ordnung bringen! Wo soll ich nur anfangen? Es gibt so viel zu tun! Hör auf damit! Das ist unhöflich! Nicht streiten! Das hilft dem Hund auch nicht weiter! Wir sollten als Team arbeiten! Dafür müssen wir ins Schwitzen kommen! Ist das nicht fantastisch? Ist es nicht? Dann eben nicht! Schlechter Zeitpunkt zum Streiten! Wir müssen an die Arbeit! Leute, der Hund hat nicht ganz so ein Recht! Aber wir können doch nicht anfangen, solange uns die Gläser am Weg sind! Das könnt ihr mir überlassen! Prinzessin in Power! Hilfe! Haben wir schon wieder ein Royal am Hals? Das ist lustig! Ja, wir haben es geschafft! Wo ist Angst hin? Das gibt's doch nicht! Was ist, wenn sie dich und es wegnehmen? Ich hab eine Idee! Er braucht ein Halsband! Oh, so eins hatte ich noch nie! Vielleicht das hier? Nein, bloß nicht! Das ist aus der letzten Saison! Dies hier ist anständig! Jetzt muss ich es wegwerfen! Das ist viel zu kurz! Das wird zu lang! Welches nehmen wir? Sie sind alle toll! Nein, sie sind hässlich! Nein! Ja! Ich hab eine Idee! Das sind ganz schön viele Süßigkeiten! Warte, ich hab eine Überraschung! Wow, so cool! Nein! Ja! Leute, seht euch das an! Das ist hübsch! Es ist perfekt! Leute, wir haben das Haus vergessen! Was kommt als nächstes auf uns zu? Auf, an den Nägeln zu kauen! Das ist eklig! Kannst du bitte aufräumen? Auf gar keinen Fall! Es könnte ansteckend sein! Du willst doch helfen, oder? Hey, Kopfhuch! Wir schaffen das schon! Da mach ich nicht mit! Wir haben sowieso alles im Griff! Das ist so eklig! Runter! Hey, Vorsicht! Alle sind so nervig! Runter! Ja! Wir haben es ruiniert! Wir haben es ruiniert! Das könnte funktionieren! Es wird immer besser! Es wird immer besser! Ich hab Hunger! Leute! Newton hat Hunger! Ich hab etwas für dich! Nein! Prinzessin, das ist schlecht für dich. Leute, lasst eure Haustiere keine Süßigkeiten essen. Kann ich sie haben? Auf keinen Fall. Du hast doch eine Schüssel, oder? Ja, hier ist sie. Daraus kannst du nicht essen. Aha. Die Prinzessin ist eine Naschkatze. Ich glaube, sie wird es lieben. Pass auf. Fantastisch. Eure Hoheit, du darfst den Hund füttern. Aber ich habe doch gar kein Essen. Könnt ihr mir helfen? Drückt den Like-Button, damit wir unser Haustier füttern können. Bitte, nur noch ein paar Likes. Like dieses Video, damit der Hund zu essen hat. Danke. Yay, danke euch allen. Oh, sorry. Wie geht's? Als nächstes sollten wir dir Zähne putzen. Ja, nicht nur deine. Ich habe meine schon geputzt. Ich meinte das Haus. Warte, was ist, wenn sie dich frisst? Hör auf, gib es zurück. Die sind lustig. Was haben wir getan? Das habt ihr toll gemacht. Los geht's. Du hast hier und hier eine Stelle übersehen. Mach es selbst. Der Gestank ist nicht zum Aushalten. Schau, sie lächelt. So ein Lächeln muss man betonen. Welche Farbe sollen wir für die Lippen nehmen? Grün natürlich. Nein, orange natürlich. Der Lippenstift sollte rosa sein. Komm mit dir deine Wunschfarbe weiter unten. Und, hast du dich entschieden? Gute Wahl. Tada. Gut gemacht. Wie geht es dem Baby? Oh, ich bin so müde. Du musst einfach nur etwas spielen. Lass ihn in Ruhe. Er könnte krank sein. Geht es dir gut? Es könnte wirklich schlimm sein. Er ist nur schläfrig. Das ist alles. Lass uns spielen. Ich habe das Gefühl, dass du auch krank bist. Könnte es ansteckend sein? Was für ein Albtraum. Leute, helft mir, das Haus aufzuhaltern. Kommentiert lustige Emojis unten. Warum sollte jemand so etwas tun? Ich habe ein Bett für Newton gefunden. Prima. Prima. Ja, geschafft. Ja, toll. Oh, das ist super weich. Oh, süß. Newton ist eingeschlafen. Ich weiß genau, was zu tun ist. Und nochmal. Wir können es nicht tun. Was? Ich habe eine Idee. Was für ein Albtraum. Tritt zurück. Ich habe alles im Griff. Es ist so schlimm, dass ich gleich ohnmächtig werde. Ich habe etwas gefunden. Das ist genau das Richtige. Prinzessin Empower. Seht euch das mal an, Leute. Wow. Newton hat sich das ausgedacht. Ist es denn sicher? Lass uns die Augenbrauen nehmen. Das funktioniert nicht. Ich helfe mit. Ohne mich kriegst du gar nichts hin. Ich schaffe das. Und eins. Und zwei. Und drei. Und was machen wir jetzt damit? Das erinnert mich an mein Spielzeug. Wo ist dein Spielzeug? Ich habe es verloren. Das ist ungerecht. Das könnte helfen. Ich werde auch helfen. Mach dir keine Sorgen. Wow. Wow. Das ist ja cool. Kleiner, gefällt es dir? Ja, ich mag es. Oh, sie sind so süß. Leute, wir müssen uns beeilen. Die sind genau wie meine. Hm. Hör auf. Das ist schmutzig. Wir können sie über meinen. Du machst es nur noch schlimmer. Halt dich da raus. Wie kann ich das wieder loswerden? Oh je, ich werde dir helfen. Es geht nicht. Hör auf damit. Das wird eine Weile dauern. Und? Es ist großartig. Wir drucken es aus. Schau mal. Gut gemacht, Prinzessin. Ist die Größe okay? Wo ist der Ausweg? Ich habe einen Plan. Würdest du mir dabei helfen? Bin dabei. Wie kann man ihn größer machen? Jetzt klappt es. Beide dich. Das ist großartig. Nimm es ab. Aha. Ist mein Make-up noch in Ordnung? Willst du dich fürs Haus schminken? Lass mich in Ruhe. Oh, das könnten wir noch gebrauchen. Das ist Chanel, weißt du. Wow, Chanel. Kannst du es größer machen? Prinzessin in Power. Oh, wow. Es ist schwer. Leute, packt mit an. Ja. Was hast du vor? Ich bin vorsichtig. Du solltest dich vielleicht bewegen. Ihr seid solche Spaßverderber. Tada. Sieht für mich gleich aus. Ihre Augen sind zu süß. Das kriege ich besser hin. Wir stehen unter Zeitdruck. Und es fehlt noch etwas. Ist das die Krone? Aha. Volltreffer. Prinzessin, tu mir ein Gefallen. Kein Problem. Es ist perfekt. Das Haus ist so süß. Weißt du, dieses Haus ist gar nicht so peinlich, um darin zu wohnen. Leute, wie viel Zeit haben wir noch? Oh je, wir haben kaum noch Zeit. Ich bin gerade noch rechtzeitig reingekommen. Mal sehen, wie du dich geschlagen hast. Ich habe Angst. Nicht übel. Gratuliere. Du hast es geschafft. Das Haus ist schön. Yay, Newton. Hast du das gehört? Newton. Sag deinen Freunden auf Wiedersehen. Hilfe. Hey, komm zurück. Hey, komm zurück. Oh nein, das ist schlimm. Was ist passiert? Was ist denn hier los? Hör auf. Wo ist Freude? Oh nein. Oh Gott, nein. Wir werden alle sterben. Sie ist tot. Wir sind die Nächsten. Ganz ruhig. Sie schläft nur. Wach auf. Sie wird nicht mehr aufwachen. Wo ist Freude? Was hast du getan? Also im Grunde... Ich muss gehen. Nicht bewegen. Jetzt kommen wir alle ins Gefängnis. Fangen wir an. Er ist der Erste. Äh, vielleicht Wut? Ja, er kann anfangen. Was? Ich? Was fällt euch ein? Es gibt keinen Grund, mich zu verdächtigen. Ich gehe. Ah, das ist lächerlich. Frag nur. Ich habe dich zu verstecken. Super. Super. Setz den auf. Was ist das? Es wird mir helfen, die volle Wahrheit zu sehen. Ich habe mich nur um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert. Das Essen war ätzend. Die Getränke auch. Hey, Wut. Sorry, ich komme später wieder. Sorry. Das ist deine eigene Schuld. Hey, Freude. Dein Essen und deine Getränke sind Müll. Hier, dein Lieblingsessen. Sie war zu höflich. Das hat mich wütend gemacht. Oh, das ist zu gut. Bist du fertig? Lass uns tanzen gehen. Komm schon, das macht Spaß. Leute, schreibt unten in die Kommentare, was euer Lieblingstanz ist. Das reicht. Ich bin fertig. Da hast du sie umgebracht, oder? Was? Nein. Das ist beleidigend. Was meinst du? Sie ist doch hier. Wie konntest du uns verlassen? Denk nochmal nach. Vielleicht war es ein Unfall. Sei still. Ich habe dir alles erzählt. Oh, oh. Der Nächster. Du bist jetzt dran. Okay, wenn du meinst. Leg deine Hände hier hin. Äh, ja. Flip. Einfach nicht aus. Okay. Du weißt, dass ich meistens traurig bin, aber ich habe beschlossen, heute etwas anderes zu versuchen. Kein Angst. Meine alte Freundin. Lass uns spielen. Hm. Äh, ich bin mir nicht so sicher. Komm schon, lass uns gehen. Wir hatten Spaß beim Tischfußball. Hey. Oh. Hey. Oh nein. Ich habe noch nie gewonnen. Was ist, wenn sie wütend wird? Glückwunsch zum Sieg. Also mach dich weiter. Hey, Freude. Tolle Party. Oh, danke. Aber ich bin so nervös wegen all dem. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Hm. Ja, ich muss die Kerze anzünden, aber es gibt kein Feuer. Ich wusste genau, was zu tun war. Komm schon, du kannst mir helfen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Züge ab. Ich suche Essen. Lass mich gehen. So ist das nicht passiert. Du hast also meinen Besitzer getötet. Nein, sorry. Ich bin nur wirklich nervös. Kaffst zu liegen. Sorry, ich musste mich nur kurz sammeln. Ich stand an der Wand, damit ich nichts kaputt mache. Hey, was ist denn? Kannst du mir helfen? Äh, ich weiß nicht. Komm schon, sicher kannst du das. Es ist nicht schwer. Versuch es. Oh, das ist okay. Sorry, das ist zu viel für mich. Oh, tut mir leid. Hey, beruhig dir. Ich komm mit mir. Ich mach immer alles kaputt. Sorry. Es ist meine Scheut. Schon wieder. Das war's. Ich schwöre. Oh, okay. Dann bist du wohl die Einzige, die noch übrig ist. Was? Ich? Ich würde nie. Willst du es an die Öffentlichkeit bringen? Nein, bitte. Alles nur nicht das. Oder soll ich ein paar Fieslinge einladen, sich an uns anzuschießen? Nein, bitte. Beruhig dich. Ich werde dir alles erzählen. Wir hören zu. Aha. Ich war eine der Letzten, die auf der Party ankamen. Ich hatte eine Liste mit Dingen, die ich vermeiden wollte. Endlich, lass uns tanzen gehen. Äh, ich glaube nicht. Komm schon. Sie schleppte mich auf die Tanzfläche. Wut kam vorbei, um Heil zu sagen. Hey, Wut. Aber ich glaube nicht, dass er sich über mein Kommen gefreut hat, was Sinn ergab. Ich holte mir etwas Essen und machte mich auf den Weg. Ah. Das war's. Ich schwöre. Wer ist der Mörder? Warte mal. Wo warst du, als sie getötet wurde? Sie ist mein Frauchen. Ich boxe aus. Ich habe Freude hinterhergejagt. Na, willst du spielen? Ja. Schau, was ich hab. Fahren. Ja. Oh, die Gäste sind da. Freude ist losgegangen, um euch einen Heil zu sagen. Ich habe weitergespielt. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Ich konnte den Ball nicht erreichen. als ob ich nach Freude gesucht. Und ihr habt sie getötet. Was redest du da? Das würden wir nie tun. Oh, was ist denn hier los? Wir untersuchen deinen Mord. Freude, wir dachten, du wärst tot. Was? Nein, ich bin hier. Zuerst wollte ich euch alle besuchen. Warum dauert das so lange? Sorry, wir sind spät dran. Ich wollte nur, äh, lass uns tanzen gehen. Ich tanze mit Angst. Ich sollte gehen. Dann habe ich mich mit Traurigkeit unterhalten. Sie hat mir bei der Deko geholfen. Hier, probier's aus. Dann war Wut an der Reihe. Hier, das magst du doch. Wut war so glücklich. So, so. Es gab nur noch eine Sache zu tun. Das war's. Schlafen? Du hast doch geschlafen. Das reicht. Wir gehen. Was ist, wenn Freude sich aufregt? Ich sagte, wir gehen. Sie ist eingeschlafen. Das reicht. Sie hat nur geschlafen. Sind alle weg? Ja, leider. Oh, dann muss ich wohl auf eine andere Party gehen. Okay. So. Bis zum nächsten Mal.